Hallo Leute, liebe YouTube-Freunde, da bin ich wieder. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht mehr hinabsteigen in die tiefsten Niederungen der menschlichen Intelligenz, in die Welt der YouTube-Kommentare. Ich wollte nicht mehr ständig erklären müssen, was eigentlich für jeden denkenden und fühlenden Menschen ganz selbstverständlich sein sollte. Und schon gar nicht wollte ich dabei auch noch mein Gesicht in die Kamera halten. Nicht, weil ich paranoid wäre oder so. Aber es gibt einfach schon so viele Selbstdarsteller da draußen, die meinen, nur dann ein erfülltes Leben führen zu können, wenn sie der ganzen Welt mitteilen, wer sie sind, wie sie aussehen und was sie den ganzen Tag lang gemacht haben. Das kann doch heutzutage kaum noch jemand freiwillig stillsitzen und einfach mal zuhören. Jeder will nur noch kommunizieren, sich präsentieren, sich anderen mitteilen und twittern. Früher sagten die Menschen, ich denke, also bin ich. Heute müsste es eher heißen, ich sende, also bin ich. Dem modernen Mensch genügt es nicht mehr, im stillen Kämmerlein sein Gehirn zu benutzen, um sich lebendig zu fühlen. Nein, er benötigt als Bestätigung dafür, dass er am Leben ist, zwingend eine Reaktion seiner Mitmenschen. Entweder eine positive Reaktion in Form von Lob und Zuspruch oder notfalls auch eine negative wie Spott oder Ablehnung. Hauptsache man wird irgendwie zur Kenntnis genommen und gibt seinem erbärmlichen Dasein dadurch wenigstens einen Hauch von Sinn. Weil man andernfalls, wenn einem keiner zuhören würde, nämlich nur noch sich selbst hätte. Und instinktiv ahnen wohl die meisten modernen Menschen, was dann noch von ihnen übrig wäre, ohne die Herde, der sie sich angeschlossen haben, ohne ihre soziale Peergroup, von der sie geprägt wurden und ohne ihre ganzen Facebook-Freunde. Nicht mehr sehr viel jedenfalls. Vielleicht noch so eine erbsengroße, verschrumpelte Masse, die irgendwann mal ihr Gehirn gewesen ist. Wie dem auch sei, jedenfalls gibt es bereits mehr als genug kommunikationssüchtige Aufmerksamkeitshuren auf diesem Planeten. Da muss ich mich nicht auch noch dazu gesellen. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr vergeht mir auch schon wieder die Lust, überhaupt weiterzureden. Ach, es kommen so viele coole Videospiele raus diesen Monat. Da habe ich wahrlich Besseres zu tun, als meine kostbare Lebenszeit mit der dämlichen Realität zu vergeuden. Trotzdem, irgendwas hat mich wieder hierher gezogen und ich will im folgenden Video mal versuchen, euch ein wenig die Gründe für meine Rückkehr näher zu bringen. Die billigste Erklärung wäre sicher zu sagen, ich tue es für die Menschheit. Für diese wunderbaren Wesen, die Gott im Suff aus seinen Exkrementen schuf und als sein Ebenbild betitelte. Aber wenn ich ehrlich sein soll, habe ich keine sehr hohe Meinung von der Menschheit. Ich glaube, so grob geschätzt 95% der Menschen sind verblödete Lemminge, die im Grunde gar keine bessere Welt verdient haben als die, in der sie heute dahinvegetieren. Sie schimpfen über die Banken, von denen sie betrogen werden und über die unfähigen Politiker, die ihnen immer mehr unnötige Vorschriften machen. Und dabei machen es die sogenannten kleinen Leute untereinander keinen Deut besser. Sie bevormunden ihre Kinder, betrügen ihre Lebenspartner, zerren sich gegenseitig wegen Nichtigkeiten vor Gericht. Jeder will mehr haben als der andere, jeder denkt nur an sich und walzt für seine eigenen Pläne alle anderen Mitmenschen rücksichtslos über den Haufen. Das Geschehen auf der großen politischen Weltbühne ist nichts anderes als die konsequente Fortsetzung der ganz alltäglichen, kleinbürgerlichen Blödheit. So gesehen haben es die Menschen, die schon in der Schule blögend wie ein Schaf ihrer coolen Clique oder irgendwelchen Modeidealen hinterhertraben, gar nicht anders verdient, als dass sie später auch wie Schafe ausgenommen und zur Schlachtbahn geführt wären. Nee, sorry Leute. Aber die große Mehrheit der Menschen ist einfach prädestiniert dazu, von anderen verarscht zu werden. Diese Mischung, einerseits Egoismus und die ständige Gier nach Reichtum und sozialer Anerkennung durch die Herde, andererseits aber mangelnder Abstand zu sich selbst und den Gruppendynamiken, die sich um einen herum abspielen. So was schreit ja förmlich danach, ausgenutzt und ausgebeutet zu werden. Für diese Lemminge in ihrem selbstverschuldeten Elend auch nur einen Finger krumm zu machen, wird mir nicht mal in meinen schlimmsten Albträumen einfallen. Ich meine, natürlich sollten auch diesen Menschen Denkhilfen angeboten werden. Gerade die haben sie eigentlich am allernötigsten. Aber das können andere wirklich besser als ich. Weil das Problem ist, für die 95% muss man Denkhilfen wie für ein kleines Kind häppchenweise portionieren und ganz wichtig auch schön verpacken, mit Schleife und Herzchen drauf, damit die überhaupt irgendwas von einem annehmen, ohne sich beleidigt oder bevormundet zu fühlen. Und ganz ehrlich, für eine solch sensible Vorgehensweise bin ich leider vollkommen ungeeignet. Dann sagen wir doch, ich tue es für die 5%, die anders sind als die Masse. Für alle Außenseiter, Freaks, Anarchisten und Freigeister da draußen. Für all diejenigen, die mit dieser kranken Gesellschaft genauso wenig zu tun haben möchten wie ich und die sich daher, soweit es ihnen eben möglich ist, von dem ganzen Wahnsinn abgrenzen. Das kommt der Wahrheit sicher schon deutlich näher. Denn ich habe in den letzten Jahren viele dieser Menschen getroffen. Und fast immer hat man sich gut verstanden, hat interessante Gespräche geführt und eine nette Zeit miteinander verbracht. Aber dann, am Ende des Tages, kehrt wieder jeder zurück in seine eigene Welt, zu seinen eigenen Träumen, seinen eigenen Sehnsüchten und seinen eigenen Dämonen. Es scheint fast so, dass wir einsamen Wölfe und Wölfinnen, die wir uns auf dieser Welt fremd fühlen, auch einander immer ein wenig fremd bleiben. Das ist jedenfalls so meine Beobachtung, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. Vielleicht liegt sie auch nur an mir. Zumindest kann man wohl sagen, dass diese aufgeklärten 5% sich nicht gerne in Schubladen stecken lassen und meist im Laufe ihres Lebens auch ganz gut gelernt haben, für sich selbst zu sprechen, anstatt andere für sich reden zu lassen. Von daher erschien es mir auch respektlos, diese Leute irgendwie alle über einen Kamm zu scheren, indem ich jetzt behaupte, ich mache das nur für euch. Ich inspiriere euch, weil ich besser weiß, was ihr braucht, als ihr selber. Bullshit. Ihr habt eure eigene Stimme und euer eigenes Wissen. Wenn es etwas gibt, was mir an der heutigen, nennen wir sie mal, Internet-Wahrheitsbewegung gefällt, dann, dass sie so schön dezentral ist und es nicht ein paar wenige Leuchtfiguren gibt, denen alle anderen demütig hinterher trotten. Und das wird hoffentlich auch so bleiben, denn mancher Bewegung ist schon auf der Zielgeraden die Luft ausgegangen, weil ihre chlorreichen Leuchtfiguren als selbstverliebte Blender entlarvt wurden. Und selbstverliebte Blender sind schließlich so gut wie alle Menschen irgendwie. Sonst würden sie gar nichts mehr reden und zur Abwechslung einfach mal die Schnauze halten. Also sagen wir besser, um der Ehrlichkeit den Vorzug zu geben, ich tue das hier nicht für die Unaufgeklärten und auch nicht für die Aufgeklärten. Der wahre Grund, warum ich nun doch wieder zurückgekehrt bin, hat in erster Linie etwas mit mir selbst zu tun. Besser gesagt mit meiner mangelnden Fähigkeit, gewisse Dinge einfach auszublenden und mir ein schönes Leben zu machen. Wenn ich die Nachrichten anschalte, wenn ich irgendwo eine Zeitung sehe oder wenn ich auch nur durch die Straßen gehe oder aus dem Fenster schaue, überall springt mir das allgegenwärtige menschliche Elend ins Auge. Und so tief kann ich meinen Kopf gar nicht in den Sand stecken, dass es mich überhaupt nicht mehr berühren würde. Da ballt sich instinktiv meine Hand zur Faust und möchte irgendwas Wertvolles kaputt schlagen. Also brauche ich ganz dringend ein Ventil, irgendwas um den ganzen Dampf abzulassen, ehe es mir den Kessel zerreißt. Glaubt mir, ich habe es in den letzten Monaten wirklich versucht. Aber ich kann einfach nicht ruhig dasitzen und völlig ungerührt dabei zusehen, wie sich die Menschen aus purer Unwissenheit heraus gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Auch wenn sie es vielleicht noch so sehr verdient haben, in eben dieser Hölle leben zu müssen, es macht mich trotzdem ganz irre. Einfach weil ich weiß, was für ein enormes Potenzial eigentlich in ihnen steckt. Sie könnten wie Götter sein, jeder einzelne von ihnen. Edel, weitsichtig und gerecht. Die intellektuellen Fähigkeiten dafür sind zweifellos vorhanden. Und ich bin überzeugt davon, wenn sie in einer perfekten Welt aufwachsen würden und inspiriert werden würden von perfekten Wesen, dann würden sie auch selbst diese Perfektion entwickeln. Aber sie wachsen nun mal leider in einer extrem widersprüchlichen und kaputten Welt auf. Und in dieser Welt gibt es kaum noch echte Vorbilder, die ihnen zeigen könnten, wie man den göttlichen Funken in sich entfacht. Schon gar nicht unter den Erwachsenen, denen die Kinder schutzlos ausgeliefert sind. Unter ihren Eltern, Lehrern und sonstigen Autoritäten. Schaut euch doch nun mal die Gestalten an, die heutzutage Kinderwagen durch die Stadt schieben. Die können den Kids keinen göttlichen Funken weiterreichen, weil sie selbst nie mit sowas in Berührung gekommen sind. Das sind oft entweder triebgesteuerte Assis oder so geklonte, angepasste Durchschnittstypen, denen die Durchschnittlichkeit schon dermaßen ins Gesicht geschrieben steht, dass auch das Kind zu gar nichts anderem werden kann, wenn es gezwungen ist, 18 Jahre lang diese Durchschnittsvisagen als seine Herren und Meister anzubeten. Natürlich färbt sowas ab. Das färbt immer ab. So gesehen ist es komplett folgerichtig, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat. Es ist eine Art von Evolution. Und Evolution bedeutet nun mal nicht nur, dass sich der Anpassungsfähigere durchsetzt, sondern auch, dass Fähigkeiten, die zum Weiterkommen nicht benötigt werden, immer weiter verkümmern. Und was im Laufe unserer sogenannten kulturellen Entwicklung immer mehr verkümmert ist, ist die Fähigkeit, eigenständig zu denken. Nicht zuletzt, weil das eigenständige Denken den Menschen schon seit Generationen konsequent ausgetrieben wird, durch staatliche Gewalt, durch die Erziehung, durch den allgegenwärtigen Kollektivwahn. Und doch gibt es allen negativen Einflüssen zum Trotz Menschen, die anders sind. Menschen, die nicht das Denken eingestellt haben und so geworden sind wie ihr gehetztes, blutsaugerisches Umfeld, die sich stattdessen ganz bewusst dazu entschlossen haben, nicht nach Macht und sozialer Anerkennung zu streben, sondern nach innerem Frieden. Wer einmal das Glück hatte, solche Menschen kennenzulernen, der hat eine kleine Vorstellung davon, wie viel weiter unsere Gesellschaft heute bereits sein könnte, wenn es mehr von diesen besonderen Individuen geben würde. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass ein Großteil der Menschen ihr Potenzial nicht einmal ansatzweise ausnutzt, oder besser gesagt, dieses Scheißgefühl, wie viel uns allen schon durch die Lappen gegangen ist, weil 95% von uns Vollidioten sind, mit denen man als freier, aufgeklärter Geist kaum etwas Vernünftiges anfangen kann. Dieses Gefühl möchte ich am liebsten wie ein Weckruf in die Welt hinausschreien, damit es alle mitbekommen, damit allen die Tränen herunterkullern, so wie mir, wenn sie an den bedauernswerten Zustand ihrer Spezies denken. Nicht, weil mir so viel an dieser Spezies liegen würde, sondern, weil ich verdammt nochmal nicht so einfach von diesem Planeten wegkomme. Weil ich mit diesen Viechern hier eingesperrt bin und mir mit ihnen meine Atemluft heilen muss. Da erscheint es mir nur logisch, zumindest ein bisschen mit dazu beizutragen, dass die Viecher nicht völlig austicken, sondern sich vielleicht zur Abwechslung mal beruhigen und anfangen, den göttlichen Funken in sich wiederzuentdecken. Doch wie bringt man eine aufgescheuchte Rinderherde zur Ruhe, wenn gleichzeitig links und rechts die Cowboys mit dem Lasso knallen und ständig wie besoffene Idioten in die Luft ballern? Ich würde sagen, dazu müsste man zunächst einmal aufhören, sie zu peitschen und herumzuscheuchen. Wir brauchen eine ganz neue Kultur. Eine Kultur ohne Hierarchien und Gruppenzwänge. Eine Kultur, in der man nicht die Kinder zurechtschleift, damit sie eines Tages in die Gesellschaft passen, sondern in der man den Kindern das nötige Rüstzeug zur Hand gibt, damit sie die Gesellschaft nach ihren Bedürfnissen zurechtschleifen können. Und wenn ihr alten Säcke da draußen nicht wollt, dass die Kinder eure Welt nach ihren Wünschen umgestalten, dann hört verdammt nochmal einfach rechtzeitig auf zu ficken oder verhütet vernünftig oder noch besser, ihr lasst euch alle kastrieren, wenn ihr zu blöd zum Verhüten seid. Ich weiß, spätestens an dieser Stelle springen die ganzen Rechten und Konservativen da draußen empört auf und nennen mich einen weltfremden linken Gutmenschen, weil es angeblich nicht machbar ist, was ich fordere, weil der Mensch ihrer Meinung nach ein bösartiges Tier ist, das hin und wieder gezüchtigt werden muss und weil es zu Chaos führen würde, wenn keiner mehr da wäre, der den Leuten Befehle erteilt, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, liebe Konservative, wenn das, was wir heute in der Welt sehen, das Ergebnis von den paar tausend Jahren ist, in denen eure Erziehungsmethoden und eure Vorstellung von Ordnung herrschte, dann verzichte ich doch dankend auf die Ordnung und heiße das Chaos herzlich willkommen. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Und selbst die Konservativen und Rechten stimmen mir ja weitestgehend darin zu, dass es gerade ziemlich beschissen läuft in unserer Welt. Nur, was sie nicht kapieren wollen, ist, dass im Grunde alles, was heute schiefläuft, darauf basiert, dass die Gesellschaft schon seit Generationen von einem völlig perversen, autoritären und faschistoiden Ungeist beherrscht wird, den die Alten ganz selbstverständlich an ihre Kinder weitergeben. Alle Kriege der Vergangenheit lassen sich darauf zurückführen, die immer schlimmer werdenden Gegensätze zwischen Arm und Reich, ebenso wie der Kampf der Kulturen, Christentum gegen Islam, einen Konflikt, den es gar nicht geben würde, wenn ich so viele Schwachköpfe auf beiden Seiten krampfhaft am Irrglauben ihrer unterbelichteten Vorfahren festhalten würde. Ach, ich habe diese ganzen Diskussionen so satt, Leute. Ich will mit diesen rückständigen Betonköpfen nicht diskutieren. Das ist, wie wenn man den Papst davon zu überzeugen versucht, dass es keinen Gott gibt. Sorry, aber das ist schlicht und ergreifend ein Widerspruch in sich. Man kann dem Papst sowas nicht erklären, weil der Papst sein ganzes Dasein auf der Existenz Gottes aufgebaut hat. Der wird sich das nie im Leben ausreden lassen. Das lässt schon seinen Selbsterhaltungstrieb überhaupt nicht zu. Und mit den Rechten und Konservativen in unserer Gesellschaft verhält es sich genauso. Die kann man mit logischen Argumenten nicht vom Irrsinn ihrer Weltanschauung überzeugen, weil sie dann ja ihre gesamte Identität hinterfragen müssten. Und sowas tut unter Umständen mehr weh, als wenn du dir eigenhändig die Haut vom Leib ziehen würdest. Aber dieser Schmerz und der darauf folgende Zustand der totalen Orientierungslosigkeit gehört nun mal zwingend dazu, wenn man in den nächst höheren Level aufsteigen will. Wie soll man das einem Menschen vermitteln, der schon seit frühester Kindheit von Angst und dem allgegenwärtigen Anpassungsdruck traumatisiert wurde? Wie soll man ihm vermitteln, dass er sich erst noch einmal richtig wehtun muss, um zu erkennen, wer er wirklich ist? Ich glaube, sowas kann man mit Worten gar nicht vermitteln. Und deshalb will ich auch eigentlich gar nicht immer wieder mit diesem Thema anfangen und den Konservativen ihre Lebenslügen aufzeigen. Nein, die sollen von mir aus ihr spießiges Leben leben und damit glücklich werden, wenn sie so leicht zufriedenzustellen sind. Ist ja schön. Nur wenn ich dann sehe, dass sich diese Leute eben nicht damit begnügen, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu leben, sondern immer wieder versuchen, ihre Engsternigkeit auch für den ganzen Rest der Welt zur Pflicht zu machen, indem sie alle anderen Lebensmodelle als minderwertig diskreditieren und fanatisch bekämpfen, da kann ich einfach nicht stillbleiben und so tun, als ob mich das alles nichts anginge. Da muss ich Video machen. Tja, und damit wären wir dann auch schon beim Thema, was ich hier in Zukunft so geplant habe. Ich denke, ich werde mich wie gehabt gelegentlich zu gesellschaftlichen Themen äußern und meine etwas anderen Ansichten dazu einbringen. Wobei ich allerdings gleich sage, dass mich diese ganze Politik-Scheiße, die so täglich in den Nachrichten läuft, weitestgehend kalt lässt. Also so Diskussionen, ist der Euro noch zu retten oder war die D-Mark nicht doch besser oder sollen wir einige Länder aus der EU ausschließen? Verdammt, ich will eine Welt ohne diesen ganzen Geldmist. Ich will eine Welt ohne Grenzen, wo alle anständigen Menschen auch anständig behandelt werden und wo es völlig egal ist, ob die jetzt aus Deutschland kommen, aus einem anderen EU-Staat, aus der Türkei oder aus Takatuka-Land. Wenn Politik bedeutet, dass ich nur zwei oder drei Optionen zur Auswahl habe, die alle nicht mal ansatzweise meiner Meinung entsprechen, dann kann mich die Politik mal kreuzweise. Für solche kleingeistigen Stammtisch-Themen werde ich also sicher kein extra Video machen. Höchstens, um anhand dessen aufzuzeigen, wie die Durchschnittsmenschen da draußen ticken und wie sie sich von den Medien und ihren niederen Instinkten wie ein verängstigtes Huhn im Kreis herumscheuchen lassen. Dann gibt es da noch so ein paar lästige Verschwörungs-Nazi-Trolle auf YouTube, die mir ständig meinen Kanal zu spammen und sogar schon Huldigungsvideos über mich erstellt haben. Das sind so tragische Gestalten, die keine realen Freunde und kein Privatleben haben, aber dafür 30 Fake-Accounts auf YouTube, mit denen sie dann politisch unerwünschte Videos mies bewerten, damit sie wenigstens einmal in ihrem Leben das gute Gefühl haben, mit ihrer Meinung mehrheitsfähig zu sein. Da hätte ich schon auch Bock drauf, die mal ein bisschen zurechtzustutzen, diese ganzen neokonservativen, faschistoiden Pseudo-Infokrieger. Andererseits, das ist ja genau das, was die Kerle wollen. Die wollen doch, dass wir sie überall empört verlinken, damit dann irgendwelche naiven User in ihre Netze stolpern und darin kleben bleiben. Denn bekanntlich ist auch negative Publicity eine Form von Publicity. Ich habe mich daher entschlossen, den gegenteiligen Weg einzuschlagen und diese Leute mitsamt ihren blatten Stammtischparolen konsequent zu löschen. Wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich es sowohl rhetorisch als auch polemisch locker mit jedem Nazi aufnehmen kann. Nicht umsonst habe ich am renommierten Dr. Goebbels-Institut in Braunau am Inn in Propagandistik promoviert. Als ich beherrsche das Spiel des politischen Hahnenkampfes, dieses ewige Diskutieren und Todlabern, mindestens genauso wie meine Gegenspieler und die Argumente sind mir bislang auch noch nie ausgegangen. Leider fühle ich mich mittlerweile etwas zu alt für diese Kindergartenkacke. Es gibt mir irgendwie überhaupt nichts mehr und ich will auch gar nicht mit jedem Schwachkopf über alles diskutieren. Ich kann meinetwegen darüber diskutieren, ob Metal oder Hip-Hop die ehrlichere Musikrichtung ist. Ich kann darüber diskutieren, ob es nun angenehmer ist, in der Stadt oder auf dem Land zu leben, ob South Park oder die Simpsons die bessere Comedy ist oder ob man die Glotze nicht doch besser ganz auslassen sollte. Zu einer Menge Fragen kann man aus den unterschiedlichsten Gründen ganz unterschiedlicher Meinung sein. Aber die Errungenschaften der Aufklärung, Freiheit, Toleranz und die Emanzipation des Individuums, das sind Werte, die für mich in keinster Weise infrage zu stellen sind, jedenfalls nicht hier auf meinem Kanal. Denn dieser Kanal soll der Verbreitung der traurigen Wahrheit dienen und nicht der noch weiteren Verbreitung der gesammelten Lebenslügen unserer Vorfahren. Also wenn da jemand beispielsweise eine Reichskriegslage als Avatar hat und den Holocaust leugnet und dann ernsthaft noch die Nerven besitzt, mich zu fragen, warum ich ihn geblockt habe. Ganz einfach. Ich behandle jeden so, wie er selbst gerne behandelt werden möchte. Wer nun also unbedingt zurück möchte in die Zeit, in der der Einzelne nichts zu sagen hatte und das Wort der Obrigkeit Gesetz war, dem will ich gerne ein guter Führer sein und ihn im Namen einer höheren Ordnung unterdrücken. Ich finde, das ist nicht nur erstaunlich fair von mir, sondern letztlich auch konsequent. So, jetzt aber erstmal genug mit diesem leidigen Thema. Ich sehe es nicht als meine Lebensaufgabe an, einen Privatkrieg gegen irgendwelche unbelehrbaren Pseudo-Infokrieger zu führen. Ich habe eine Menge anderer Themen, die mir eigentlich wichtiger erscheinen und darauf gedenke ich mich auch in nächster Zeit zu konzentrieren. Ein Video wird es zwar vermutlich noch geben, wo ich noch einmal in den braunen Sumpf hinabsteigen werde, um aufzuzeigen, wie nah vermeintliche Aufklärung und totale Verblödung manchmal beieinander liegen können. Das schulde ich noch einigen Gestalten hier, die mir in den letzten paar Monaten gründlich auf den Zeiger gegangen sind. Aber dann ist das Ding für mich wirklich gegessen, denn ehrlich gesagt gibt es da draußen weitaus größere Probleme als ein paar Internet-Junkies, die das erste, zweite oder dritte Reich zurückhaben wollen. Es hängt nur eben alles irgendwie miteinander zusammen. Daher kann ich gewisse hässlichen Dinge, die mir in meiner unmittelbaren virtuellen Nachbarschaft auffallen, auch nicht so einfach ignorieren und so tun, als ob damit alles in Ordnung wäre, als ob ich nichts mehr denken und fühlen würde. Okay, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, mein Anblick hat euch nicht allzu sehr desillusioniert und falls doch, auch gut. Dafür bin ich ja schließlich da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dion the Saint. Ich hoffe, wir haben ja schon das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.